heute hat eine dritte liga kalte als jener gegen ingolstadt 2 zu 1 verloren tore sind in der 56 minute durch grad in der 60 minute durch sarah ein eigentor in der 72 minute durch sarah ein eigentor da war mal viel glück für ingolstadt dass der typ zweimal ein eigentor gemacht hat aber auch sehr traurig dadurch ist ja so gesagt der schlechteste spieler eigentlich im spiel mit zwei eigentoren ich weiß ja noch nicht wie die sind aber ja schon ein bisschen traurig kann ich jetzt nichts ändern dadurch ist noch auf platz 5 und jener auf platz 15 durch hat jener gewonnen ein moment gespielt und zweimal verloren